Nissen, mein Freund, sagen Sie, woran kann man nur glauben, wenn man von den eigenen Leuten verraten wird? Wenn alles, was man ist, was man geleistet hat, unter den Lügen und dem Verrat korrupter Menschen begraben wird. Ich werde an diesem elenden Ort sterben. Das Einzige, was mich am Leben erhält, ist der Gedanke an Rache. Sie müssen aufgehalten werden, Nissen. Dragovich, Kravtschenko, Steiner, alle müssen sterben. Es ist zwecklos. Uns rennt die Zeit davon! Wir können jetzt nicht aufgeben. Er war in Vorkuta. Er kann die Codes übersetzen. Er hat die Übertragungen gehört und wir wissen, dass dahinter Ort versteckt ist. Es ist alles irgendwo in seinem Kopf. Er weiß, wo. Wir müssen zu den Bunkern. Sind auf Defcon 2. Sie haben alles versucht. Noch nicht. Einen letzten Trumpf habe ich noch. Verschwinden Sie, Viva. Ich habe versagt. Wollen Sie mit ihm sterben? Ihre Entscheidung. Verdammt! Warum erinnern Sie sich nicht? Rechnow ist tot, Nissen! Hören Sie mich! Er ist tot! Viva hatte Recht und schrennt die Zeit davon! Das waren die Russen. Ich kenne sie. Sie sind kein Verräter. Die Zahlen, Mason. Was bedeuten Sie? Von wo aus werden Sie übertragen? Die Zahlen! Was bedeuten Sie? Rechnow! Wo sind Sie? Rechnow! Ich musste Steiner töten! Ich höre ständig scheiß Zahlen! Sie? Schon wieder. Ich hätte sie in Borkuta töten sollen. Zero, fourteen, three, three... Einen Moment Pause. Lassen wir ihn ausruhen. Wenn er wieder bei Bewusstsein ist, haben wir dich spannend. Ich erinnere mich! Borkuta! Dem Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen eingepflanzt. Wo liegt denn das Problem? Er reagiert nur sporadisch auf unsere Befehle. Unvorhersehbar. Er ist erstaunlich widerstandsfähig. Wieso? Er ist einzigartig. Ungewöhnlich. Nur wenige verfügen über solche Willenskraft. Die anderen Testsubjekte waren beugsamer. Wenn er den in den Zäulen versteckten Befehlen nicht folgt, ist er nicht von Nutzen für mich. Lasst ihn verrotten! Bringt ihn in seine Zelle! Oh, Schmerzen! Oh Gott! Diese Schmerzen! Weiter! Zum Ziel! Aswalt! Kompromittiert! In Volkuta sind wir alle Brüder. Resnov, können Sie dem Amerikaner trauen? Auf jeden Fall. Er und wir. Wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen! Vergessen! Verlassen! Sie werden überleben! Sie müssen! Ben! Wir sind Brudermäßen. Wir sind gleich. Kennedy! Jug! Yes, Jared! Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Sie werden überleben. Die Kommunisten müssen die Kursche betrachten. Die Freiheit und die Lebensweise stehen auf der Spiegel. 11, 5, 11, 11, Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Die Portfolie. Die Regeln. Die Regeln. Die Regeln. Die Regeln. Die Regeln. Die Regeln. Keiner steigt aus. Jetzt zufrieden, Mason? Nein. Noch nicht. Nicht, bis ich die Leiche sehe. Keiner noch. Steiner war auf der Insel der Wiedergeburt. Wir mussten ihn töten. Wir? Viktor Reshnov? Wir wollten beide dasselbe. Dasselbe. Was zur Hölle tut er da? Er töttet jeden zwischen sich und Steiner. Der Schmerz tut weh, nicht wahr? Wir sind Brüder, Mason. Wir sind gleich. Dragovic. Kravtschenko. Steiner. Alle müssen sterben. Dragovic unterzog sie einer Gehirnwäsche. Aber Reshnov hatte eigene Pläne. Mason. Reshnov. Wie konnten Sie aus Wakuta entkommen? Nie gedacht, Sie werden wieder zu sehen. Er war nie im Vietnam. Der wahre Überläufer mit der Nova 6-8er starb beim Angriff auf das Mach V. Er war nie in den Rackentunnel. Stimmt noch nicht mit dir. Kravtschenko ist hier. Hier lang. Wir können ihn nicht entkommen lassen. Er war nie auf der Insel der Wiedergeburt. Mein Name ist Viktor Reshnov. Nein. Mason. Mein Name ist Viktor Reshnov. Und wir sind eine Rache. Bekommen. Mason. Nein. Genard Reshnov. Freiheit. Nein. Für Sie wissen. Nicht für mich. Viktor Reshnov ist seit fünf Jahren tot. Er starb bei der Flucht aus Wakuta. All die Jahre dachten sie, er wäre bei ihnen. Aber das war er nur in ihrer Vorstellung. Ich habe ihm vertraut. Deshalb hat es funktioniert. Ein Experiment über Bewusstseinskontrolle. Dragovich programmierte sie darauf, Kennedy zu töten. Doch Reshnov sabotierte sie. Er wollte Rache für das, was Dragovich ihm angetan hatte. Dragovich, Kravtschenko, Steiner. Drei neue Opfer. Es gibt Lücken in ihrer Erinnerung. Zeiten, in denen sie verschollen waren und wir sie nicht finden konnten. Jetzt, wo die Gehirnwäsche gebrochen wurde, werden sie sich erinnern. Wir müssen gehen. Der Nova-6-Angriff steht kurz bevor. Hunderte von Schläfern in allen Staaten werden das Gift schon bald gegen unsere Landsleute freisetzen. Nach Steiners Tod verloren wir unseren Schlüssel zu den Zahlenübertragungen. In Wakuta wurden sie darauf programmiert, die Zahlen zu übersetzen. Nur sie können uns sagen, was die Codes bedeuten. Nova-6 war nur ein Schläfereinsatz. Es gab sicher noch andere, von denen wir nichts wussten. Wir haben die Übertragungen. Wir haben sie ihnen stundenlang immer wieder vorgespielt. Aber wir konnten ihre Programmierung bisher nicht brechen. Mason, das ist unsere letzte Chance. Hören Sie um Himmels Willen noch einmal zu. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk. Unserer Neuen Beziehung. Ich kenne Sie, Wakuta. Sie wissen nicht, was wir Ihnen angetan haben. Dem Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen eingepflanzt. An alle Agenten. Unsere neuen Verbündeten in Kuba haben uns die Errichtung einer neuen und dauerhaften Sendestation in ihrem Gebiet gestattet. Von jetzt an werden bis zur Initiierung von Projekt Nova sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird ausgeführt. Wartet auf weitere Befehle. Wartet auf weitere Befehle. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk. Unserer Neuen Beziehung. Und dauerhaften Sendestationen in ihrem Gebiet gestattet. Sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Ich weiß, wo der Zahlensender ist. Es ist ein Schiff. Habe es vor langer Zeit gesehen. Die Rusalka. Wo? Kuba.